Na, seid ihr auch schon so gespannt, wie ich, was drin ist? Ich habe mir ein Intex Prison Frame Pool Set gekauft. Den Link verlinke ich euch unten in der Beschreibung und oben in der Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Intex Pool Unboxing. Und jetzt geht's los mit dem Auspacken. Beim Aufschneiden Obacht geben. Oho, eine Schachtel in der Schachtel. Da ist er schon, der neue Pool. Anleitung mit CD. Verbindungsmuffe für den Anschluss. Spannung steigt, was ist da drin? Rohrmaterial für den Rahmen des Pools. Die Unterlegpläne. Filtersystem. Poolfolie. Was war alles dabei? Die Aufbauanleitung. Ein Stiegsleiter. Zwei Kantons mit Rohrmaterial für den Rahmen. Die Abdeckpläne für die Nacht. Die Unterlegpläne. Die Poolpläne. Und das Pumpenmaterial. Das war unser Intex Pool Unboxing. Ich mache mich jetzt gleich daran, den Pool aufzubauen. Das Video hierzu findet ihr in der Playlist. Um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert unseren Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, viel Spaß beim Teilen, Liken und Kommentieren. Das Video war's von ihm.